Ja, ist das so? Ja, ich bin schon unten. Ich hab nur zwei Herzen. Du hast ganz viele Freunde mitgebracht. Ja. Ich hab sechs Knochen. Alter. Bist du nur ungesund? Eigentlich hat ein gesunder Mensch etwas mehr. Das sind ja nicht meine. Ich bin gespannt, wie das endet, Alter. Das Gespräch, ey. Wir wollen das ja noch irgendwie hochladen und ich möchte das gerne auf YouTube und nicht auf die Porno. Das ist nicht, äh, ja. Community Strike Incoming. Was, was, was wolltest du dazu sagen? Bitte, erläutere dich. Ähm. Ich bin ganz, äh, ohr. Ich wollte sagen, ist ja nicht mein Problem, liegt nicht an mir. Ich sage nur. Ist das so. Was verstanden wird, ist nicht, ja, meine Sache. Na doch, eigentlich schon, weil... Du verantwortest dich dafür, was ich sage, nicht dafür, was andere verstehen. Hast du ein fucking Holzschwert und keine fucking Rüstung? Ja. Weil alles hier bei mir, äh, hier bei, hier ist. Weißt du, wir laufen hier rum mit den letzten Terminatoren in ihren Schrottrüstungen und die läuft hier mit dem Holzschwert rum. Ich krieg doch Pickel, Alter. Ich hab gucken, was ich... Ich hab gucken, was ich... Ja, für ein paar Sekunden. Bis das nächste Ding um die Ecke kommt und dich penetriert, äh. Ich hab denen Knochen auf die Rippen geschmissen, äh, geriffen. Ja. Ist bei nem Skelett nicht solidisch schwierig? Wollte ich grad sagen. Ja. Du greifst da rein, hast du ex-20 Knochen. Ja, aber nicht, wenn es mich weg... ähm... ...penetriert. Ja, ich höre. Ah, okay. Was? Wegpenetrierenden. Also ist der Pinnis doch ein Knochen. Jep. Bona, sagt man doch so schön. Was? Ich bin so maximal verwirrt. Ich wollte da fucking hoch, danke. Ach was? Und ich bin mit Absicht hier rüber. Ey! Hallo. Er ist doch unten. Das weiß er, dass wir wollte er sich ja nach oben. Ja, und ich will... Und ich komm hier nicht mehr weg, weil ich hier weder... Guck mal, hier ist Wasser. Ich will weg von der Todesseuche, Alter. Hi. War da Wasser? Ja, da. Aber... Warum Todesseuche? Ja, ihr. Nein. Das sind doch keine Todesseuche, oder? Was? Wir? Nee. Überhaupt nicht. Ich will auch stehen... Wir sind die liebsten und nettesten Leute. Ja, hindert euch ja nicht daran, alle 23 Sekunden zu sterben. Ich folge dir. Ich werde dann hier unten bleiben. Ja, ich kann ja nicht hoch. Ich habe weder Blöcke noch Stützlöcke noch sonst... Ja, warte, dann hier. Oh nein. Wie ungern ich das höre. Ich bleibe doch hier unten. Habe ich gemerkt. Achso, wir lassen dich mal ziehen, ne? Hm? Dann was? Wow. Da ist er. Wow. Hi. Hi. Das ist euer fucking Fluch, Alter. Ich muss jetzt nicht kein gutes Englisch hier rumbrimmen mit euch. Wie eine fucking Geschlechtskrankheit. Das holt man sich immer, dann hat man den Scheiß. Ich wollte die Gläser-Faun hier rumbrimmen. Verpiss dich! Scheiß Enderman, Alter. Wenn du jetzt noch so einen Kamerad hier anholst, dann... Vielleicht springt er da runter. Siehst schon, komm. Oh, Alter. Was geht da ab? Ja, ich sehe ihn. Habt ihr seine Füße gesehen? Ja, vielleicht demnächst nur noch meine Füße, Alter, weil der Rest schon explodiert ist. Da ist ein Enderman hinter dir, ja. Ja, der will mich hart rannehmen. Das kriegt er aber nicht hin. Ist okay. Wie viele Creeper kommen denn hier noch, Alter? Ice Bucket Challenge, scheiß, klar. Ja, das ist obsidian abgebaut. Wenn ich gleich so lustige Vorschläge höre, wie... Gehen in die Hölle, ne? Gebe ich erstmal ein dick Veto, Alter. Ja. Ja. Lass ihn mal in die Hölle. Auf jeden. Dafür brauchst du schon gerade gleich das Portal. Ja. Hast du gesagt, auf jeden? Habt ihr da noch mehr Abo, oder was geht da ab? Du bist schon wem? Ja. Wollte ich gerade sagen, eher lesen. Du musst jetzt mal eben aufpassen. Ich bin gleich wieder da. Was? Ich muss mich erstmal voll essen. Ich bin leer. Was? Wow. Please explain. Ich bin gleich wieder da. Pilze weg. Ja. Obsidian rein. Wie viele Obsidian brauchen wir eigentlich für so ein Portal? Ich glaube, acht. Okay, ich baue zehn ab. Ich bin doch nicht gleich wieder da. Kann ich ins Bad? Was? Kann ich ins Bad? Nein. Weißt du das? I don't ask why. Dann Spüle. Oder Eimer. Und dann sieben Tage stehen lassen. Spüle. Sieht witzig aus. Believe me. Glaube ich auch bei der Höhe. Set what she is. Was? So, 10 Obsidian. Hast du jetzt irgendwas für mich an Spitzacke? Ähm, ich hab hier so ein paar. Hast du einen Loll-Account? Was? Ja, ich hab einen Loll-Account. Warum? Echt so? Ich kann's dir nicht sagen. Warte mal. Wo ist denn das jetzt? Ich hab's hier. Ich muss warten, dass das geöffnet ist. Warum? Was willst du damit? Zuer eigenen Account. Guck mal, da oben holt sich jemand zurecht. Sollen wir den mal besuchen gehen? Ja, klasse. Guck mal, da oben holt sich jemand zurecht. Ich geh schon weg, alter. Ich geh direkt weg, wenn ich das höre, alter. Okay. Wie viele Diamanten hast du? Hallo? Nee. Nein. Ihr übertragt euer Todes ab und nicht auf mich. Wir teilen gerne. Ja, ich mag das. We share everything, alter. Guck mal, wenn ich weiter von euch weg bin, krieg ich weniger Creeper ab, alter. Ist direkt in Ordnung. Ja, danke für's Dead End. Wie, Dead End? Ich hatte hier grad'n Dead End. Okay. Ich buddel mich jetzt einfach mal. Hier lang. Ja, wie sieht's eigentlich aus? Wollten wir nicht zu Abend essen? Ja, nur 2x4. Ja, das ist 2x4. Abendessen? Um die Uhrzeit lohnt sich das jetzt auch nicht mehr. Ich muss jetzt nicht einfach. Ich werde so Eis halt essen gehen. Essen geht immer, mein Bro. Essen geht immer. Du hast ignoriert? Ja, dann ist es doch wichtiger. Bester Mann. Und um die Uhr. Ja, ja. Oh, das sind ja ganz viele Spinnen. Mhm. Könnt dann in den Spawner liegen. Vielleicht ist da noch ein zweiter Spawner. Irgendwo ist bestimmt noch ein Skelett-Spawner. Ich bin bei diesem Spawner und ich sehe Achse. Oh, diese Lache. Und direkt umgedreht, Alter. Die Lache war aber gerade fes. Hat sich irgendwer von euch die Koordinaten von so einem Haus aufgeschrieben? Ja. Nein. Hast du? Aber ich weiß, wie ich auch aus dem Haus komme von hier aus. Ja, indem du stirbst, wa? Nee. Von hier aus weiß ich auch, wie ich den komme. Einfach die Schlucht bei mir hinten durch wieder. Durch das Büttchen. Und dann bist du in der großen Schlucht von euch. Aber ja, ich habe die Koordinaten. Okay. Wow. Das war eine Fackelorgie. Danke dafür. Danke dafür. Mhm. 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 Mhm.